Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Shan und ich wollte euch eben kurz mitnehmen und noch ein paar Paketchen aufmachen. Vielleicht mache ich erstmal nur zwei auf und stelle es dann. Auf YouTube ist es die 15 und das ist die 16. Machen wir die 15 und die 16. Ich bin die letzten zwei Tage wieder nicht dazu gekommen, deswegen machen wir das jetzt mal gleich. Es ist wieder abends, es ist dunkel draußen, es ist das Licht schlecht, ich weiß. Ja, ich habe es nicht eher geschafft. Tut mir leid Nadine, ich bin die letzte Zeit auch sehr wenig online, also schauen wir mal rein. Oh, das sieht wieder aus wie Streudebo, sehr cool. Dann hat sie mir auch schon zwei andere Pakete geschickt, einmal mit Engelchen und einmal mit Schneeflocken. Sehr cool, habe ich auch schon welche verwendet für Weihnachtskarten, sehr coole Idee. Mag ich gerne. Vielen lieben Dank, Nadine. Dann hat sie die 16. Ein recht großes Paket. Kriege ich auch recht kaum hier drauf. Die 16 war am Samstag. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch so ausschaut. Bei uns ist die Weihnachtszeit schon, die Vorweihnachtszeit vor allen Dingen relativ stressig, bis man alles zusammen hat. Die Weihnachtsgeschenke, dann muss ich für jeden noch ein Paket schicken von der Familie, weil wir ja die Familie nicht hier haben. Und ja, am Wochenende waren wir nochmal unterwegs, um noch ein paar Sachen zu besorgen. Und naja, das wird jeder von euch kennen. Oh, das ist ein Do-it-yourself-Bastelpaket. Sehr cool. Habe ich so jetzt noch nicht gemacht. Habe ich wohl schon öfters mal gesehen. Vielen lieben Dank, Nadine. Machen wir erstmal die zwei. Setze ich es online und dann machen wir die nächsten zwei. Coole Idee. Freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.